Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde Beuger & Solmecke und ich habe hier Sprengstoff in der Hand und zwar frischen Sprengstoff, heute beschlossen vom Rechtsausschuss des EU-Parlaments und ihr ahnt es schon, worum es geht. Es geht um Artikel 13 einer neuen Urheberrechtsrichtlinie und um Artikel 11. In 13, das hat der eine oder andere von euch schon mitbekommen, soll es um sogenannte Upload-Filter gehen und in 11 geht es um ein Leistungsschutzrecht oder wie es populistisch hieß, um eine Steuer für Links. Doch das Kind ist noch nicht in den Brunnen gefallen. Ihr könnt noch etwas tun und zwar noch bis zum 4. oder 5. Juli. Dann wird nämlich erst das gesamte EU-Parlament über diesen Vorschlag abstimmen und das EU-Parlament, ich meine das sind Wahlen im nächsten Jahr, die wollen auch wieder gewählt werden. Das heißt, wenn ihr jetzt noch mächtig Rambazamba macht und denen zeigt, was die Internet-Community so drauf hat, dann könnte vielleicht der ein oder andere Parlamentarier sich das doch noch anders überlegen. Doch damit ihr überhaupt eine Entscheidungsgrundlage habt, möchte ich euch mal sagen, was da heute beschlossen worden ist vom so wichtigen Rechtsausschuss. Beschlossen worden ist eine Vorlage des deutschen CDU-Politikers Axel Voss. Er ist EU-Parlamentarier und hatte nach jahrelangen Verhandlungen am 12. Juni, also erst vor wenigen Tagen, einen neuen Richtlinienentwurf vorgelegt. Den gibt es auch nur auf Englisch, weil das alles so holterdiepolter passiert ist. Und dieser Entwurf sollte eigentlich so eine vermittelnde Ansicht haben nach all den Diskussionen, die da geführt worden sind. Sonderlich vermittelt ist der Entwurf für mich aber nicht. Der regelt Use of Protected Content, also die Nutzung von geschützten Inhalten, gibt es wie gesagt alles erst auch nur auf Englisch, bei Online Content Sharing Service Provider. Online Inhalt Service Provider, also das kann quasi jeder sein. Da wird also erstmal nicht gesagt, welche Größe die haben müssen. Ja, was steckt dahinter? Es steckt dahinter die erstmal richtige Annahme, die ich auch teile, dass Facebook, YouTube, Twitter und Co. von den ganzen Urheberrechtsverletzungen der Nutzer profitieren. Das ist sozusagen die Ausgangsbasis für diese Neuregelung gewesen. Man hat gesagt, was wird denn da alles bei Facebook, bei YouTube und so weiter hochgeladen? Das sind doch oft rechtsverletzende Inhalte und wer bekommt davon Geld ab? Naja, der Rechteinhaber, der Urheber jedenfalls nicht, aber die Plattformen wohl schon. Und zwar machen die damit Milliardengewinne. Und deswegen gar nicht so schlecht. Ist hier erstmal so etwas geregelt worden wie eine Verhandlungspflicht. Der Entwurf sagt, dass die nationalen Gesetzgeber, ist ja nur eine Richtlinie, soll also nachher noch umgesetzt werden, ein Gesetz schaffen sollen, dass die großen Plattformen wie Facebook mit den Rechteinhabern verhandeln müssen, über die Rechte an den Inhalten, über welche Inhalte jetzt ganz genau, über welche Rechte. Das alles wird offen gelassen. Man sagt, hey, verhandelt mal. Ziemlich schwammig, das ist schon das erste Problem. Und wer alles verhandeln soll, ob auch die kleinste Startup-Plattform jetzt mit Sony und Warner verhandeln soll, weil möglicherweise mal irgendjemand eine Mickey Mouse da hochlädt, ja, wissen wir auch alles nicht. Also wer da mit wem verhandeln muss, schon ziemlich unklar nach diesem Entwurf. Und dann steht da weiter drin, und da kommt der wahre Sprengstoff her, wenn nicht verhandelt wird, dann muss die Plattform zusehen, dass keine urheberrechtsverletzenden Inhalte hochgeladen werden. Puh, wie soll die Plattform das denn machen? Ja, gibt es nur eins, blocken. Alles blocken, was hochgeladen wird, weil man ja Schiss haben muss, dass das urheberrechtsverletzend sein könnte. Sprich, jedes Bild, was hochgeladen wird, müsste künftig erstmal geblockt werden, weil man ja noch nicht verhandelt hat. Man kann ja nicht mit jedem verhandeln. Hat ein Fotograf gestern erst ein Bild geschossen, kann man ja noch nicht mit dem verhandelt haben über die Rechte. Womöglich ist er auch gar nicht in irgendeinem Fotografenverbund drin. Also müsste man per se erstmal sagen, alles, wofür wir keine Rechte haben, müssen wir blocken. Das würde aber wieder im Umkehrschluss bedeuten, habt ihr einem Fotografen die Rechte abgekauft, ladet jetzt etwas bei Facebook zum Beispiel hoch, könnt ihr Facebook theoretisch sagen, Moment mal, wir haben aber keine Lizenzen für dieses Bild. Nee, klar nicht, weil ich habe die ja gestern erst von dem Fotografen gekauft. Ja, wir blocken aber alles, wo wir keine Rechte eingekauft haben, wegen dieses neuen Artikel 13 der Urheberrechte-Richtlinie, beziehungsweise der nationalen Paragrafen. Schwierig, ja. Sprich, auch in solchen Momenten, wo ihr nachweislich die Rechte erworben habt, an einem Bild zum Beispiel, einem YouTube-Video oder an einem Musikstückchen, könntet ihr das nicht mehr korrekterweise hochladen. Ist also kompliziert. Und dann gibt es auch noch das sogenannte Zitatrecht. Das bedeutet, dass man natürlich auch ein Bild ins Internet stellen darf und darüber reden darf und sich damit auseinandersetzen darf, inhaltlich damit auseinandersetzen darf. Das ist das Zitatrecht. Ja, und das funktioniert auch nicht mehr. Das heißt, damit hätten wir auch ein Stück weit Meinungsfreiheit abgeschnitten und das finde ich auch äußerst bedenklich. Und die EU-Kommission hat gar keine Ideen, wie das dann noch alles klappen kann, aber Hauptsache erstmal den Rechteinhabern und Medienhäusern helfen. Also, ziemlich kompliziert, was diesen Upload-Filter betrifft. Und die kleinen Plattformen sagen, boah, dann lassen wir es doch ganz. Das ist unser Aus, wenn wir plötzlich hier einen Upload-Filter installieren müssen, nur weil wir versuchen, jetzt eine neue Form von Bilddatenbank, User-Generated, online zu stellen. Wir müssten teuerste Upload-Filter einrichten. Die hat bislang nur YouTube mit seinem Content-ID-System. Dann lassen wir es doch lieber ganz. Also, tatsächlich auch eher ein Technologie-Verhinderer. Und dann gibt es noch einen Artikel, der Sprengstoff hier beinhaltet. Das ist der Artikel 11. Und da steht es drin, dass man, ja, Zeitungsverlage und Online-Publisher vergüten soll für deren Inhalte. Ist ja klar, wenn man die übernimmt, aber konkret soll es darum gehen, dass man die vergütet für die kleinen Snippets. Also, wenn ihr bei Facebook einen Link postet, zum Beispiel auf die Bild-Zeitung, dann gibt es so die ersten zwei, drei Sätze davon. Es gibt die Headline und es gibt das Thumbnail. Und es geht jetzt um diese Überschriften und die ersten zwei, drei Sätze. Und man sagt, das muss doch auch irgendwie vergütet werden. Das gibt es in Deutschland schon lange. Das ist das Leistungsschutzrecht hier in Deutschland. Das hat nicht geklappt. YouTube hat gesagt, wir vergüten hier keinen. Wir können euch kostenlos noch in Google News mit reinnehmen. Und dann habt ihr die Headline und dann habt ihr auch den Anlauf. Aber wir vergüten keinen. Wenn ihr wollt, habt ihr auch nur einen Link. Wer das will, ist halt nur mit einem Link dabei. Und alle Verlager haben gesagt, wir hätten zwar gerne lieber Geld, aber ganz raus aus Google News möchten wir auch nicht. Sprich, das war ein Schuss in den Ofen, was wir hier in Deutschland schon einige Zeit haben. Jetzt soll dieser Schuss in den Ofen noch viel größer gemacht werden, nämlich auf EU-Ebene. Zum Glück sind da in letzter Sekunde noch mal so ein paar Stops eingebaut worden. Man sagt jetzt hier, Da heißt es also, dass man die reinen Links nicht bezahlen muss auf eine Zeitung. Ich sage mal so, ey, das wäre ja noch schöner, wenn ich jetzt schon Links nicht bezahlen müsste. Nur weil ich damit auf dem Content verlinke von einer Zeitung. Die haben ja auch was davon, dass man eben dann sich deren Inhalte anschaut. Ja, finde ich schwierig. Was gestoppt werden sollte, sind so Dienste wie Google News, die nur groß geworden sind mit Zeitungsinhalten, aber ehrlicherweise doch nicht mit den gesamten Zeitungsinhalten, sondern mit kleinen Snippets, die da zu finden sind. Und diese Snippets führen dann ja auch wieder zum Ursprungscontent. Also aus meiner Sicht steht das schon im Synalagma. Und insofern ist es schwierig, dass man hier jetzt glaubt, dass auf europäischer Ebene etwas Besseres passiert, als es in Deutschland war. Was dann noch ist, eine Fünf-Jahre-Schutzpflicht soll kommen von Publikationen. Also fünf Jahre darf man nicht verlinken, ohne was zu bezahlen mit dem Snippetchen. Auch schon schwierig. Und dann, ja, was auch noch immer interessant ist, ob man rückwirkend noch zahlen müsste. Ja, und da steht jetzt drin, the right referred to in paragraph one shall not apply with retroactive effect. Also immerhin nicht rückwirkend. Das ist dann wieder rausgekommen. Ja, aber das ist ehrlicherweise auch nur der kleinste Wermutstropfen hier in diesem Artikel 11, wo es um ein Leistungsschutzrecht geht, was in Deutschland jedenfalls schon nicht geklappt hat. In der Vergangenheit ist auch diskutiert worden, dass man sagt, okay, die Entlohnung, die die Rechteinhaber bekommen sollen, die muss aber hinausgehen über die pure Verlinkung oder Aufnahme in Google News. Also so grob gesagt, das war jedenfalls in der Diskussion, weil sonst passiert ja das Gleiche wieder wie in Deutschland. Das finde ich jetzt hier im Gesetz nicht so ohne weiteres wieder. Es kann sein, dass das nur so in den Begründungen dann später noch nachkommt. Denn ansonsten wird genau das Gleiche wieder passieren. Man wird sagen, ja, naja, du kannst gern dabei sein, sagt Google, mit deinem Link und deinem Link zur Zeitung und auch deinem Snippet. Aber wenn du dafür was haben willst, bist du nicht dabei. Da wird Google dann seine Monopolstellung und Marktmacht nutzen. Also Leute, jetzt kommt, was ihr dagegen tun könnt. Es gibt auf change.org eine Petition, die habe ich euch hier unten drunter nochmal verlinkt. Und da haben schon, ich glaube, über 300.000 Menschen abgeschrieben, oder fast 300.000, 300.000 das nächste Ziel. Und wenn ihr dieses Video jetzt weiter teilt an alle eure Freunde über WhatsApp, über Facebook, über YouTube, egal wo, dann wissen alle mal, was da kommt auf EU-Ebene. Und auch, dass es noch eine Chance gibt, das zu verhindern, am 4. und 5. Juli stimmt das EU-Parlament ab. Geht auf change.org, die legen das den EU-Parlamentariern vor. Wenn ihr EU-Parlamentarier bei euch vor Ort habt, wenn ihr die kennt, die sollt ihr ja wählen im nächsten Jahr, dann sprecht man mit denen, was die für eine Meinung dazu haben und wie die darüber abstimmen werden. Es geht um nicht weniger als um die Freiheit des Internets. Insofern kann ich nur sagen, macht da mit. Schaut euch den Link hier unter dem YouTube-Video an. Wir werden darüber berichten. Solltet ihr noch nicht Abonnent des Kanals Kanzlei WBS sein, lasst uns ein Abo gerne da und dann seid ihr auch immer up to date, wenn es um das neue Leistungsschutzrecht und Artikel 13 bzw. eben Artikel 11 dieser neuen Urheberrechte-Richtlinie geht. Die geht aus meiner Sicht übrigens gar nicht. Wir werden das beobachten. Wir werden euch darüber auf dem Laufenden halten. Und sobald es da was Neues gibt, halten wir unsere Abonnenten up to date. Ihr erfahrt es dann sofort. Und morgen gibt es auf diesem Kanal schon das nächste Video zu einem anderen spannenden Rechtsthema. Euch danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis dahin.